Oh 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 Bro Jungen weißt du schreckst du? Äh Alter Jungen weißt du mich aus der Tür raus geschmissen Bruder wo sind wir? Wo sind wir? Ja Bro das frage ich dich man du hast mich aufgeweckt ich war voll am Schlaaaa Aaaaaaah Ey Bro ich sag ehrlich Ist so ein schlechtes Wetter habt ihr aber nicht gemeldet man Lenny wo sind wir? Ja Bro ich weißt du auch nicht Oh, nein, warte mal, warte mal Siehst du das hier? Ja Die Tür da Ja Die 0, 0, 0, 1 Tür Weißt du, was das für eine Tür ist, Bro? Nein, erzähl Das ist die Doors-Tür Oh nein, ich will da nicht rein Ey, Roblox-Doors, Bro Roblox-Doors, checkst du das? Bruder, mach alleine, ich will nicht Nein, wir werden heute versuchen Gemeinsam Roblox-Doors zu entkommen Denn soweit ich weiß, Leute, gab es heute ein richtig krasses Update irgendwie Ja, hast du irgendwas dabei? Eine Taschenlampe oder sowas? Ich habe ein paar Sachen dabei Ja, ich bin ein pinker Typ mit einem Gucci-Rucksack Nein, habe ich nicht Junge, für einen Gucci-Rucksack reicht es aber nicht für eine Taschenlampe Ja, zu, mein Schlüssel für die Tür, ich will raus hier Ah, warte, hier C, schleichen Pass auf, ich schnüffle immer Ah, warte, hier ist der Schlüssel, ich habe den Oh mein Gott Hast du das? Ja, ich habe geschnüffelt Du hast halt komische Geräusche gemacht, Bro Guess you just got a key Guess you just got a key Ey, ist das irgendwie wegen so 1. April, dass die so ein bisschen uns pranken wollen oder so? Keine Ahnung, aber ich habe Angst Bro, was sind das für Sounds? Ey, Leute Heute ist der 1. April, wo wir das aufnehmen Und das Ding ist, die haben hier, glaube ich, irgendwelche Pranks für uns eingebaut Oder du bist das? Kann sein, dass du das bist, deine 31er, du Ich bin das nicht Lenny, wir müssen hier alles doch an Bro Bruder, ich bin einfach in so diesen Schrank gegangen Wo bist du? Hä? Hallo Hier komme ich wieder raus Du bist weg, du bist aufgegessen Hallo Hier bin ich wieder Hier, hallo Wo warst du? Ich komme hier in diesem Schrank drin Das war krass Ja, dann geh erst doch hin, geh wieder rein da Gut so Oh Mann Kann man irgendwie sprinten, Leute? Ich weiß nicht, ich habe das so lange nicht mehr gespielt Ey, Bro Okay, lass mal gucken Wir müssen Okay, wir sind jetzt bei der Tür 3, Bro Du weißt, es geht auch nicht bis 4000 Oder so, ne? Was? Ja Bis 4000? Ja, ja, dann kommt so der letzte Endboss Okay, ich habe irgendwas eingesammelt Ich habe echt ein bisschen Angst, Jürgen Das sieht voll gruselig ja alles aus Ey, Bro, du musst halt Das Ding ist halt Ähm Was heißt für Sounds? Das Ding ist Es gibt immer manchmal mehrere Türen Aber nur eine ist richtig Die andere ist so eine Prank-Tür, checkst du? Hier ist eine Tür Oh mein Gott, Bro Diese Sounds, Jürgen Was ist das? Ich habe keine Ahnung Hier sind so Koffer Können die wir nutzen? Äh, guck mal, hier ist ein Schlafzimmer, Bro Alter, warte mal Ich kann hier unter das Bett, glaube ich Oder nicht? Ja, da gehörst du hin Sehr gut Ach, ich bin unter dem Bett gewesen Ey, brauchen wir einen Schlüssel, Bro Guck mal Komm, man nur mit dem Schlüssel weiter Ah ja Ja, ja, such mal einen Schlüssel Okay, im Schrank ist ja nicht Junge, geh mal einen Schlüssel suchen, Mann jetzt Ah, ich habe 10 Münzen eingesammelt Ja, das ist schön Ich brauche jetzt einen Schlüssel Hier ist auch keiner in den Münzen drin Und kannst du ein bisschen aufräumen bei dir zu Hause Wenigstens Hier ist nur Müll drin, Bro Es ist voll dunkel Kannst du mal das Licht anmachen? Bro, wir brauchen Schlüssel, Mann Mann Ich suche doch, warte Ich schnüffel nochmal Junge, ich will raus hier Mach Hände jetzt Nee, kein Schlüssel Ich rieche keinen Schlüssel Ich rieche nur deinen Brokkoli-Kopf Den rieche ich Ja, das ist schön Oh, warte Münzen? Hä? Hä, ist über der Schlüssel Ey, Bro, ich nehme gleich so einen Dietrich Ich habe mir vorher einen Dietrich gekauft Ich glaube, ich nehme den gleich einfach Hä, das ist ja über der Scam, Leute Das kann nur Jetzt nur noch hier ganz am Anfang Junge, erst einfach ganz am Anfang Ja, erst einfach hier ganz am Anfang Äh, wow Hä, du hast doch voll die Hände in Taschenlande Oh mein Gott, diese Sounds Ja, ich habe einen Key, Mann Cool jetzt Mach auf Du musst den Schlüssel doch selber Ah, du brauchst den gar nicht selber Ah, krass, okay Was hast du? Hier ist irgendeine Falle, Bro Gehst du dich weiter Müssen wir hier Ah, hier geht's Hier geht's nach unten Ah, oben Digga, ich will nicht nach unten Ja, wir müssen aber hier lang, Bro Oh mein Gott, hier ist aber ein Keller Ah Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare Was ist eure beste Tür gewesen Bist du der hier gekommen Seit hier indoors Ich glaube, mein Bestes war, glaube ich mal Ich glaube, 200 oder so Was? 200? Wo bist du? Ja, hier bei dich jetzt mal Komm jetzt Ey, bisher ist Gott sei Dank noch nichts passiert Das ist eine Sackgasse Hä? Hier unten Wie unten Kommt hier unten nicht lang? Doch, eigentlich Nee Geht nicht Hä? Du hast gestärkt, Bro Hä? Das war nicht der richtige Weg Ey, zum Glück bisher kam noch kein Chumskir, ne? Das Ding ist irgendwann, Bro Hör auf, sowas zu sagen Das habe ich ja schon gedrückt Aber da leuchtet irgendwas Jetzt ist es irgendwie so erleuchtet Drück du mal? Aber das kann man Ich kann nicht eh drücken Junge, wo geht's denn jetzt lang, Mann? Hä? Ey, Bro, vielleicht muss man gar nicht runter Vielleicht war das eine komplette Falle hier unten Kann das sein? Ich glaube schon Aber hier geht's ja gar nicht weiter Nein, warte mal Vielleicht war das eine Falle Vielleicht müsste Ah, wir haben das Ding jetzt hier oben aufgemacht Mit dem Hebel Ah Lol Oh Alter, Digga, diese Sounds immer Oh nein Ich glaube, hier muss man jetzt aufpassen Dass man die richtige Tür nimmt Warte? Ja, okay Das war die richtige Bro, ich höre irgendwas Ja Okay, lass mal hier lang Tür 9 Oh mein Gott Oh mein Gott, das ist Wetter Tür 10 Okay, du bist hinter mir Kannst du mal vor mir laufen, bitte? Oh Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was war das? Was war das? Ich habe keine Ahnung Ist das noch da? Ja Nein, du bist tot Ich habe eine Wiederbelebung gekauft Und ich spawne direkt wieder Ich war gescampt Bruder, ich will wiederbeleben Ja, du musst oben draufdrücken Ich habe wiederbelebt Und ich bin einfach direkt wieder da Gespawne und bin gestorben Bro, was? Hallo Wiederbeleb mich Mach irgendwas 31er, mach was Irgendwie sieht es schlecht aus mit dir Bro, ich habe mich wiederbelebt Ich bin direkt wieder im Monster drin gespawnt Was ist das für ein Scam? Hallo, mach was Was will ich liegen? Was soll ich machen? Keine Ahnung Keine Ahnung Mach Mund-zu-Mund-Beatmung oder so Keine Ahnung Warte, ich gebe dir so Medikamente Geht das? Nee, irgendwie nicht Leute, ich habe voll gekauft Man Junge Okay, auf ein neues Punkt Müsst du bereit noch mal Tür 10 Okay, kein Monster Es ist nur ein Schrank rumgefahren Okay, lass direkt einfach Tür 11 rein Geh du zuerst aber Geh du zuerst Ah Nee Geh zuerst rein Geh zuerst rein Geh zuerst rein Ich will nicht Ah Ich will nichts Ah nein Warte mal, ist das wieder Ist das eine Scam-Tür? Du musst gucken Egal, das ist einfach durch Komm, egal Hier ist Tür 11 Wenn da jetzt mal Tür 13 gewesen wäre, dann wäre das eine Scam-Tür gewesen Ah, hier ist ein Schlüssel Ja, ja, du brauchst Schlüssel, Bro Oh, fache, Diga Äh, oh nein Wo gibt's denn hier? Diga Ey, Leute, korrigiert mich bitte Aber ich bin der Meinung, Schlüssel Der müsste eigentlich immer Ich habe ihn gefunden Junge, du bist doch geil Ich habe ihn Okay, komm Da lang Tür 12 Oh, ich habe Angst Komm, 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 komm Mach auf Diga, ist das für sonst, Bro Boah Okay, Tür 13 Jetzt ist keine gute Zeit Sag ehrlich, mach du auf Boah Mach du auf Boah 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 Das sieht gut aus Nein, wieder so ein Gitter So ein Gitter, Bro Wir müssen wieder in so einen Keller runter Oh nein Keller sind nicht gut Aber warte, hier ist direkt so ein Ding Bam Jetzt müssen wir Ich glaube, jetzt ist Ich glaube, das ist immer gleich Ich glaube, wir haben es raus Jetzt müssen wir nämlich einmal hier lang Guck So So Ja Ja Oder auch nicht Das haben wir dann Scam anscheinend Sehr cool So Manchmal ist es halt so ein Scam Aber auch nicht immer, ne Ich wollte gerade sagen Ich dachte, du hast jetzt den Dreh raus, Mensch Und jetzt musst du hier auch noch Ey, hier ist ja auch kein Hier ist auch kein Drücker Hat das schon gereicht, ist der eine Hebel? Der ist auf jeden Fall nicht blau Ja, ja, ja Okay, okay, okay Ah, lol Tür 14 Oh, das sieht böse aus Das sieht böse aus Das sieht böse aus Ja, ja, ja Warte, ich gehe Was ist das hier? Was ist das hier? Guck mal, hier ist irgendwie so richtig Ey, Bro, wann was denkst du? Wann kommt das Monster nochmal? Okay, ich habe hier so Medikamente gefunden Guck mal Ja, wir brauchen Schlüssel, Bro Schlüssel, Schlüssel Oh, ich höre was? Ich habe ihn Ich habe ihn Ich habe ihn Komm, komm, komm Hier im Schrank Licht hat geflagert, Bro Ist da was? Ich weiß nicht Ich glaube schon Versteck ich Ich mag ich Geh Schrank rein Schrank rein Schrank rein Bruder, ich wurde gegessen Du Idiot, Bro Idiot, du musst dich verstecken, wenn das Monster kommt Digga, das war so schnell da Und du darfst nicht zu lang drin Nicht zu lang drin bleiben Oh, jetzt ist es schock dunkel, Bro Jetzt brauchst du Taschenlampe Du bist so ein Kip Junge Ich habe mich wieder belägt Wo bist du? Lenny? Oh, Bro, jetzt wird es uncool Jetzt wird es uncool Lenny, das Ding ist Ich habe meine ganzen Sachen verloren Die liegen alle hier Komm, Idiot Wo bist du? Hier Hallo Junge, oh mein Gott Nimm Sachen Bro, wenn du Monster hörst Musst du verstecken gehen Checkst du? Wenn du diesen Sound Oh mein Gott Es wird uncool Es wird uncool Ich habe das Monster gerade in meiner Hand Bro, hast du es auch gehabt? Ja Wo bist du? Wo bist du? Ich bin so im Schrank drin Komm raus Wo bist du? Ja, komm raus jetzt hier Hier Bro, jetzt ist der Point so, wo es langsam uncool wird Bro, jetzt war eben noch so chillig reinkommen Und jetzt wird es uncool Aber bleib nicht zu lang drin Okay Sobald du dieses Sound hörst Verstecken Okay, warte, warte Wir müssen, wir dürfen keine Scam-Tür jetzt öffnen Warte mal Nein, wir werden uns die Tür merken müssen Kacke Weil das Ding ist Wenn wir jetzt die falsche Zahl wählen Sind wir tot Echt jetzt? Es war so Tür 14 oder so Verstecken, verstecken, verstecken Okay, Fehler Hast du jetzt all gemerkt, Bro? Ich glaube 14 Nein, der hat alle Zahlen gescratcht Ey, Leute, ihr müsst in die Kommentare schreiben Welche Tür hatten wir zuletzt, Bro? Sicher, dass es 14, war? Nein Oder wenn wir jetzt eine falsche Tür nehmen, war es das, ne? Geh, warte, ich habe noch Tür 14 Hier ist Tür 5 Hier ist Tür 16 Dann ist es Tür 16, oder? Was ist das? 17 Ey, Bro, bitte Ja, dann muss es Tür 16 sein Warte, warte Geh nicht alleine Bro, du bist tot Du hast nur noch ein Leben Ich habe noch zwei Lass mich aufmachen Geh du, Schrank ein Geh du, Schrank ein Ich kann diese Medikamente wiederholen, oder nicht? Bro, ich mach dich jetzt auf, ist egal Das war ein dumm Kopf Das war die falsche Tür Du dumm Kopf Bist du tot? Nein Ich bin fast tot wegen dir Dumm Kopf Ich muss jetzt Pillen schlucken wegen dir Pflaume, Junge Digga Das bringt dich mal Man kann einfach noch schneller laufen, Digga Das war ja übel Ja, habe ich auch gerade gemerkt Ich hoffe, there is something cool in here Och, nee Bro, mach Taschenlampe an Ich seh nix Hilfe Digga, ich will nicht mehr Bro, es macht keinen Spaß mehr Wirklich Es macht Hey, wo bist du? Wo bist du? Digga, Bro, bin ich der Einzige Der ganze Zeit Jumpscares bekommt? Ich gefühl, du erschreckst dich gar nicht Bro, das Mock ist aber gerade hinter mir Du Idiot Mach Taschenlampe aus Du musst Energie sparen Mach Taschenlampe aus Ich kriege ganze Zeit Jumpscares Das ist New Door Time Idiot Komm, renn schneller Mach jetzt Mach doch Bro, wir brauchen Medikit Wir müssen jetzt Schränke durchsuchen Wegen Medikit Wo hast du? Lass mich doch rein Lass mich doch rein Du Junge, du kleiner ekliger Hast den Schrank weggesnackt Nein, Manny Nein, bist du trotzdem gestorben? Nee Aber ich Du Idiot Dein Idiot Dann beleg dich wieder Beleg dich wieder Mann Ah, hier sind deine Sachen Guck mal hier Hier Bro, das nächste Mal Bitte Müssen wir Gucken, dass wir Digga, es ist fast Ich hab fast keine Sachen mehr Komm wir von hier oder müssen wir hier lang? Nein, wir müssen hier lang Sicher? Nee, warte mal hier geht's da runter, Bro Mach doch Licht aus, wenn wir es nicht brauchen Mach Licht aus Bro, Bro, wir brauchen Medikit, Bro Komm jetzt, komm, komm, komm Komm, hier lang, hier lang Hey, Leute Du hast es echt nicht lustig Okay, komm, komm Merk dir die Zahlen einmal, okay? 24, merk die Zahlen 25, 25, 25, 25, okay Hm, 25, 25, okay 25, 25 Ich glaub, Bro, wenn du merkst, Monster kommt Und in den Schrank ist zu weit weg Dann schluck die Pili, dass du schneller rennen kannst, okay? Mhm 24 Warte mal, 4 Nein, Bro, ich Warte mal, 24 Nein, nein, 25 hatten wir gerade zuletzt Dann ist es jetzt 26 Aber Vielleicht ist es doch manchmal so umgedreht Mit Absicht, checkst du Dass man mit Absicht die höhere Zahl nehmen muss, Bro Ich kann doch nochmal die Tür angucken Die ist weg, Bro, die ist gescratched Die siehst du nicht mehr Aber ich mein, vorhin war es doch eigentlich auch noch eine Oder ist es vielleicht immer so abwechselnd Dass immer so eine Zahl drüber ist Und eine drunter, Digga, irgendwie Ich hab doch keine Ahnung Nein, nein, wir gehen durch die 26 Vertrau Okay, okay, okay Oh mein Gott, danke, Digga Puh Okay, was ist das? Hä, und jetzt? Warte mal, hier Jetzt sind die 27 Ah, man muss hier die Bilder Man muss die Bilder nehmen, Bro Und richtig anordnen Ah, man muss die so richtig blazen Ja, 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 ja Gib mal hier den Lachs Hä? Okay, okay, okay So, mal ran Mal ran hier Ich muss in die Form Hä? Ah, warte, warte, warte Guck mal, hier ist noch eins, hier ist noch eins Warte, 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 warte Guck mal, so Warte ich denn das andere ab? Digga, Bro, ich schwöre Ich kack mir so einwanddosen, ne? Ich Junge Oh mein Gott, guck, 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 guck Oh mein Gott, Digga Digga 27 Oh, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus Aaaaaaah Bro, ich glaube, wir müssen uns gleich verstecken, hab ich das Gefühl Batterie Oh, danke Okay, 29, komm Bro, warum sagt er das? Ja, Bro, das ist, äh, er macht sich lustig Oh mein Gott, wir 30 Hier sind zwei Schränke direkt nebeneinander Nicht flackert, verstecken Okay, Fehler Ich kenn mich mit diesen Tricks Es gibt doch schon irgendwelche Tricks, Leute, die in so'n Aaaaaaah Aaaaaaah Ich hab nix Ich hab nix Oh mein Gott, ich bin im, ich bin im Schrank gegangen Bro, bei mir war kein Schrank Bei mir war kein Schrank, Bro, bei mir war kein Schrank Nein Bist du tot? Ja, bei mir war kein Schrank, Digga Bei mir war kein Schrank, ich wusste es, dieses Es hätte, das war ein Zeichen, Bro, dieses Flackern, dass ein Monster kommt Ich kenn diese Tricks halt nicht, Digga Ach Digga, Bro, warum bin ich schon losgerannt, ich bin so ein Idiot, Leute Nein Nein Ey, Bro, ich bin so weit gekommen Ey, du musst mich doch wiederbeleben können, irgendwie, Digga Du, das ist mein Feuertag, alle Ja, nein Wiederbeleb mich, Digga Mach irgendwie irgendwas, Digga Ich weiß nicht mal, wo du bist, wo ist deine Leiche? Keine Ahnung, gib mir die Pen oder irgendwas, Junge Digga, meine Taschenlampe ist alle, ich hab nichts mehr Ich seh überhaupt nix Ja, Digga, weil du ein Idiot bist, Bro Okay, 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 warte, warte, okay Bro Ach, du Scheiße, Digga Ich guck dir jetzt einfach zu, okay, du musst jetzt ohne mich klarkommen, Bro Digga, ich bin fast tot Wie viel Leben hast du noch? Ich hab so ein Fünftel Dann renn jetzt, Bro Okay Bro, wenn du's bis Tür 50 schaffst, kriegst du von mir 10.000 Eurobanks, Bro Digga, ich seh nix Ja, warum hast du deine Taschenlampe umsonst aufgebraucht? Nimm doch meine mit, ich bin doch gestorben, du Idiot Wo sind denn deine Taschenlampe? Ja, da, wo ich gestorben bin Wo bist du denn gestorben? Boah, ja, irgendwo da Ich bin runtergelaufen, du musst da runter Ja, geradeaus Geradeaus Da unten müssen wir, ja, da liegen meine Sachen Nimm meine Taschenlampe einfach sonst Meine Leiche liegt da einfach Junge, hier war halt kein Schrank, Digga Guck, siehst du, hier war kein Schrank Okay Nein, 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 nein Weißt du die Tür? Hinter dir Die lang, ne? Ja, ja Ahhhh Der, über den Penner Was denn, warum schreist du? Boah, mach doch Taschenlampe aus, da ist doch hey Verbrauch doch nicht, verbrauch nicht Oh mein Gott, Junge, bitte Bitte, 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 bitte Warte mal, 32? Ja, das, mach, ja This way everybody 32, 33, okay Mach 33 Okay, du schaffst es, Bro, du schaffst es Boah 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 Da ist irgend so'n Ding Hast du es gesehen? Ja, ja Das ist alles gut, Bro Alles im grünen Bereich, du schaffst es Komm, jetzt Tür 50 musst du schaffen, Bro Hä, ist weg Die Augen, die gucken dich nur an, chill Du kannst laufen, Bro Lauf Lauf Nein, du kannst laufen Du musst da rein Ja Ja Äh, ja, ja 35 Flackern, flackern, heißt Schrank rein Flackern, heißt Schrank rein Flackern, heißt Schrank rein Da vorne ist der Schrank Warte mal, ich pop mir mal kurz so'ne, so'ne Pilli hier rein Hellooo Renn jetzt Bro, renn doch, renn, 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 du hast die Pilli geschluckt Du kannst schnell renn, renn, renn Ok, sehr gut, sehr gut, sehr gut Renn weiter einfach Geradeaus, geradeaus, geradeaus Open for business Ok, sehr gut, sehr gut, sehr gut Ja, einfach so'n langer Gang, Digga Sehr gut Boah, das Spiel ist nicht, es ist zu viel für meinen Ah Was ist, da ist der Elbos, da ist der Elbos 손owanie Wir sollen meinen Überleben Rein Renn Du renn doch Du bist so dumm, du bist so dumm, du bist so dumm, du bist so dumm, du bist so dumm Links, links, links 뭐 Fleeck Blubbblubbh renn Bruder, ist hinter dir ist hinter dir, ist hinter dir Nicht umtren Nicht umtren, nicht Umtren Rehn, links, links Runter, 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 runter Rinn, rühhh Rehn, links, links, links Rechts! Doch nicht! Falsch! Rechts! Rechts! Links! 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 Es ist in dir! Mach schneller, Bro! Es ist in dir! Es ist in dir! Es ist in dir! Mach schneller, mach schneller, Bro! Mach schneller! Nicht in die Hände reifen! Bruder! 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 Nicht in die Hände reifen! Oh mein Gott, Bro! Was hast du in die Hände reifen?! Warum bist du gegen die Hand gelaufen, Bro? Warum?! Ich dachte, ich kann mich... Ich dachte, ich kann mich... Ich hab doch gesagt, rechts, Bro! Nicht die Hände berühren! Junge! Junge, du bist so kacke! Ey, aber ich hab was für 41, ja? Ja, steig, steig! Ey Leute, wenn ihr Bock auf ein paar 2 haben, und ihr müsst mindestens zu 100 spielen, lasst einen Dicke Daumen nach oben da, abonniert! Und ansonsten würde ich sagen, 7.0-Folge bis dahin! Wir sind raus und... Ciao!